In der ersten Runde des DFB-Pokals 2021-2022 treffen die Kollegen Dresden und Paderborn aus der 2. Bundesliga vor rund 16.000 Fans auf sich. Im letzten Spiel gewann Dynamo mit 3 zu 1 gegen das Team von Lukas Kwasnjok. Wir springen in die 8. Spielminute. Dynamo Dresden im Angriff stark, passt von der linken Seite in die Mitte zu Schröter und der probiert es einfach mal direkt aus der 2. Reihe. Aber Janikuth, der Keeper der Paderborner, pariert sensationell. 35. Spielminute. Es gibt Ecke für Dresden. Für Löwe, der flankt auf den Kopf von Solbauer und der haut die Kugel direkt auf den Keeper der Paderborner aufhut. Der kann blitzschnell reagieren und den Ball erstmal abblocken und Schuster klärt den dann aus dem Strafraum. Aber der Ball ist noch reiß und Akoto zieht nochmal am Halbkreis ab und haut die Kugel links am Tor vorbei. Wir befinden uns mittlerweile in der 2. Halbzeit 50. Spielminute. Paderborn im Angriff mit Pröger mit einem langen Fernschuss aus dem Zentrum-Broll. Keeper von Dynamo Dresden wird den Ball ab und der fliegt dann irgendwie zu Platte und der versucht ihn ins Tor zu köpfen und verfehlt das Ziel nur knapp. 4 Minuten später in der 54. Spielminute gibt es erneut Ecke für Dynamo Dresden. Löwe flankt einen tollen Ball von der linken Seite auf Knipping und der köpft den Ball in die linke untere Ecke. Der 1 zu 0 Führungstreffer für Dynamo Dresden gegen sehr kopfballschwache Paderborner. 61. Spielminute. Dresden verpatzt einen Angriff und die Gäste schalten blitzschnell oben. Es geht über die rechte Seite über Platte und der schießt einmal mal drauf aus weiter Distanz. Hut der Torhüter wehrt den Schuss zwar ab, aber der Ball rollt zu Michel und er schiebt zum 1 zu 1 zum Ausgleich ein. Und damit ist das Spiel wieder offen. Dynamo Dresden macht viel, viel Druck. 64. Spielminute so auch jetzt. Schrütter zieht einfach mal aus weiter Distanz ab und trifft das Aluminium. Es bewahrt hier die Paderborner vor dem Rückstand. In der Schlussphase 84. Spielminute wird Paderborn nun aktiver. Der Dörfer schießt nach einem Eckball aus der Distanz aufs Tor und verfehlt es nur ganz knapp. 4 Minuten später in der 88. Spielminute kommen die Gastgeber nochmal über die linke Seite. KD erhält am Elfmeterpunkt den Ball, kann ihn in Ruhe mit der Brust annehmen und zieht ab und trifft überraschend zur 2 zu 1 Führung für Dynamo Dresden. Und dann ist auch Schluss dem wunderschönen Rudolf-Habik-Stadion. Dresden gewinnt mit 2 zu 1 gegen den SC Paderborn und sichert sich ein Platz in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Paderborn fliegt raus, auch sehr unverdient waren nach dem Ausgleich eigentlich sogar die bessere Mannschaft und hätten hier den Sieg mehr verdient. Vielleicht knackt Paderborn Dresden ja dann am fünften Spieltag in der zweiten Bundesliga. Dresden ja dann am fünften Spieltag in der nächsten Runde des DFB-Pokals.